Hallo und herzlich willkommen zurück bei Doom Eternal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, was war jetzt das? Ach, das war dieses Tor bestimmt. Wir dürfen ja jetzt quasi so gesehen da drüben weitermachen. Und da ist man ja in der letzten Folge so ein bisschen gescheitert. Das ist schon cool gemacht, ne? So, jetzt muss ich aber erstmal prüfen. So, was haben wir hier? 24, 127. Gut, wir haben jetzt einige Schüsse verbraucht. Äh, die Laserkanone hat 225. 13. Ja, ist euch schon aufgefallen? Ich habe das Design von der Superschroth verändert. Ich habe da jetzt die neuen Erasus-Skills drin. Ich habe mal ein bisschen durchgeschaut, um einfach mal zu gucken. Oh, da habe ich nichts. Okay, ich bleibe mal bei der. So. Und jetzt fetzt. So, der Leer. So. Und wo kommen sie? Da. Da. Und wo kommen sie? Oh, ein schönes Gesicht. Jawohl. Lief jetzt eigentlich besser, ne? Ähm, als das letzte Mal. So, wir machen jetzt mal hier sauber. Komm her hier. So, haben wir noch ein bisschen Rüstung bekommen? Sehr schön. So, da gibt es jetzt viele Wege nach Rom, würde ich sagen. Ähm, lass mal kurz gucken. Okay. Das ist ein volles Brett hier gleich. So, ganz unruhig. So, ganz unruhig. Immer die Superschroth. Ach, kacke. Okay, wir machen wir mal hier. Okay. Okay. Alter, du bist auch immer schneller, kann es sein? Alter, warte, 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 ich hergehe Ach verdammt Wenig Gesundheit, ja toll Alter, oh nein Oh, ich hasse diesen Gegner, der ist so brutal unfair So, jetzt nochmal, was brauche ich dafür? Ja, für den Marauder ist ein wahrer Defensivkoloss, okay? Dafür greift er aber ganz schön gut an Bist du zu nah, setze seinen Shotgun an Bist du zu weit weg, musst du dich vorgeschossen in Acht nehmen Halte ihn auf mittlere Distanz Und kontere seine Angriffe Wenn seine Augen grün leuchten Das sehe ich ja nicht einmal Um ihn zu betäuben Ansonsten wehrt er deinen Schuss ab Das sehe ich gar nicht Oh verdammt, ich nochmal, ist nochmal alles von vorne Oh fuck Oh scheiße Das darf doch wohl nicht wahr sein Das war ja gar nichts Ja, pass auf Die zwei war es So Die lästigen sind erstmal weg Oh scheiße Das geht ja immer noch ganz gut, ne? Aber der Rest Der ist halt echt Echt mies Der ist halt echt Ja, da. Das war's für heute. 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 Ach du, da drüben ist auch noch mal so eine Station. Jo, die nehmen wir halt mit, ne? So. Boah. Ah, Vega. Was ist los mit dir? Schnell! Richte die anderen Teleporterringe aus, bevor es zu spät ist. Das Tor muss wieder aktiviert werden. Je länger das Icon auf der Erde ist, desto stärker wird es. Immer dieser künstlich erzeugte Druck, ne? Was? 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 Das ist ja schon, ja, oder? Okay. So. So. Wo muss ich denn jetzt lang? Wo muss ich denn jetzt lang? Da drüben? Da muss ich irgendwie hinkommen. Aber da... Ne. Oh, ich bin auf der falschen Seite. Da wollte ich mal hier lang. Das irritiert ein bisschen. So. Da drüben kommen wir aber auch hin, ne? Aber wie? Oh. 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 Ah, das kommt da auch noch so einer. Oh fuck, wo muss ich anfangen? Oh, ich bin schon da. Warte, rauch mal was mit schießen, Digga. Oh, Digga, hau doch mal ab. Alter, hau ab. Nein. Autsch. Ach, das gibt's doch nicht. Also das ist ja... Krieg mal hin, krieg mal hin. So, wo ist dieser Arsch? Da. Sehr gut. Oh, Digga. Alter. Oh ne, was ist denn hier los? Geh weg. War auf. Ich hänge. War weg, ja doch. Wo ist er? Oh, Prätonpunkt bekommen. Sehr schön. Da finden wir, da musst du erstmal ein bisschen taktischer vorgehen. Ja, leckst mich am Arsch. So, den haben wir, den Punkt. Da hinten werden extra leben. Äh, wir kommen jetzt aber anscheinend da rüber. Da ist auf jeden Fall der nächste Kampf. Ich geh erst mal hier hinten lang. So. Äh, hier lang. Und sammle das Zeug noch parallel mit ein, wenn's geht. Warte mal, wer schnurrt da so? Äh, so. Muss ich da... So, hier haben wir ein Kudeck. Okay. Wir müssen noch zwei Regen synchronisieren mit diesem, welchen, dass wir wieder heimkommen. Da, guck mal. Hm. Da haben wir gleich diese Drohne gefunden. Ist denn hier auch gleichzeitig ein Weg rein? Irgendwie nicht, ne? Hm. Ja gut, hilft ja nix, ne? Huch. Oh, fuck. Ja. So, das ist schon mal gut. Ach, komm. Halt. Holt ihr mich verarschen, guck dir das an. Juhu. Uh. Ja. Das war's für heute. Boah, alter Finne, alter Finne, alter Finne. Lass mich doch mal in Ruhe. Boah, jetzt rasten sie völlig aus. Jetzt rasten sie völlig aus. Hab ich noch eine? Nein, hab ich nicht. Entschuldigung. Boah, fuck, fuck. Was ist denn jetzt los hier? Oh, fuck. Was ist das? Was ist das? Fuck, fuck, fuck. Oh, fuck. Mauer daneben gesprungen. Das ist doch nicht wahr. Warte, warte, warte. Boah, keine Panik. Keine Munition. Ich brauche einen kleinen, ich brauche einen kleinen, ich brauche einen kleinen. Komm mal her, irgendwo einen kleinen. Komm mal her, hier. Oh, er ist, er ist down, er ist down, er ist down. Jetzt. Oh, ich hänge einen Baum, äh, ich hänge einen Baum, sag ich schon. Hä, wo ist er? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wo ist er, Dicke? Da ist noch einer übrig. Hä, wo ist er? Nee, aber geschafft, ja. Wir haben's geschafft. Voll gut. Oh, ich reggelig. Oder? Haben wir's geschafft? Auf jeden Fall, gehst du auch nach oben. Äh, da, da. Oh, hi Kumpel. Grüß dich. Oh, ich will nicht wissen, wie der Endgegner ist, ne? Da krieg ich wahrscheinlich nur, nur auf die Fresse. Was? Ist auch zu. Warum? Oh, ich will nicht. Kurzer Moment. Aber wie komm ich jetzt da hoch? Das ist halt die entscheidende Frage. Die eine entscheidende Frage. Wie komm ich da hin? Ach, pardon. Ich krieg diesen Husten nicht weg. Naja. Oh, warte. Da bin ich hier. Da ist Feil. So, hier muss noch ein Geheimnis sein. So. Da. Da haben wir die Disc-Verstärkermodus. Berserker. Cool. So. Das Hammer. Da würde ich sagen, können wir wieder zurückgehen. So, hier waren wir schon, gell? Genau. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob das Tor jetzt hier frei ist. Nee, ist immer noch rot. Warum? Hm. Bestimmt, wenn ich alle drei habe, dann komme ich da hinten erst lang. Weil da geht es jetzt erst mal hin. Und das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Doom Eternal. Ciao. Macht's das gut. wird ja noch nicht. Ich hoffe, da geht's. Vielen Dank.